din 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 hobsange weiter! Good news, weil Bizione gibt es nie genug! Ja, es ist Ostern, Zeit für Good, Good News und es ist Lockdown, also noch mehr Zeit für Good Good News. Wir wollten uns was Gutes tun. Uns? Und? Und euch. Und euch. Und? Und drei Tierchens, das heißt wir haben es wieder getan. Nachdem uns ja momentan so unglaublich fad ist, und wir mit dem Gemüse viel zu wenig zu tun haben, haben wir uns gedacht, jetzt holen wir doch drei Tierchen. Genau. Und jetzt sind wir gerade am Weg zurück nach Hause, es ist schon alles hergerichtet, Elisabeth war fleißig wie ein Bienchen und hat sie ihnen hübsch gemacht, und ich glaube es wird ihnen gefallen. Ja. Aber nicht nur ihnen, es wird sich auch noch jemand freuen, oder? Stimmt, stimmt. Also nicht nur die drei werden wirklich sein, sondern da gibt es einen, der... Eigentlich können wir uns ja verraten, was es ist, oder? Nein. Okay, wir verraten uns nicht. Ihr dürft es raten. Er ist unglaublich wichtig, immer dabei, ein absoluter Macho, und er ist mit einer nicht ausgelastet. Ich bin sowohl ausgelastet als auch kein Macho. Also okay, es ist nicht der Andi, es ist ein Tier. Ja, genau. Ein Tierchen, der sich sehr freuen wird. Sehr, 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 sehr. Also, wir sind jetzt bald zu Hause, dann kommt das nächste Video. Richtig. In der Zwischenzeit. Tschüss. 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 Tschüss.